Und dann, lalala, haben wir auch gleich ein bisschen gestalten. Äh, na komm schon, hau dir das deinen Nonna weg. Das passt ja fast perfekt. Hm. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich mir ja da immer das Mikrofon wegnehmen, aber das mach ich jetzt nicht. Oh, die Decke ist schön. Wobei, es gibt ja schönere Klinz und Textur. Muss jetzt einfach mal so gesagt werden. So wie ich das jetzt hier gesagt habe. Hup. Lalalala. Wie gut das Ding... Ah ja, dann hau ich hier gleich weiter, dann können sie euch das vielleicht mal zeigen. Wirkt natürlich erst bei einer größeren Hülle gut. Aber ich fand das sieht sehr geil aus. Hup, 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 hup. Ah ja, das... dann schaue ich mir gleich mal. Nach unserem Stein hier zwei, drei Stacks ungefähr. Ja, ist akzeptabel. Hup. Hup. Gucken wir hier mal dann später auch noch mit. So. Hups. So. Dann komme ich auch schon bald zum Vorzeigen meiner... ...schön geredeten Idee. Wie gesagt, schön geredet. Ich habe nie gesagt, dass die schön ist. Ja, vielleicht komme ich da auch nicht dazu. So, da scheißen wir jetzt aber drauf. So, fällt gar nicht auf. Lalalalalala. Was mache ich da? So. Machen wir erstmal her. So, und wenn die beiden dann kaputt sind, dann... ...hören wir lieber mal auf. Unterschied testen. Oh, komm. Macht sich kaum bemerkbar der Unterschied. Ja, wo doch. Eigentlich ist der gar nicht so klein. Naja, ich habe... Ah, ich back mir... ...back mir Eisen. In meinem Backwarengeschäft gibt es dann nur noch Eisenkuchen und so. Ja. Genauso mache ich das. Ich schmeiße jetzt das Let's Plane hin und back lieber ein paar Kuchen für euch. Du musst dir aber dein Geld dafür bezahlen. Ja, ja. Ich finde, das sieht eigentlich immer ganz lustig aus, weil diese Formen, die dann entstehen, meistens ein ganz nices Muster haben oder so. Also, eine ganz nices Muster. Äh, äh... Was da auch nicht so witzig war, weiß ich selbst nicht. Auf jeden Fall... ...leuchte ich mal wieder Licht. So, ich bin erleuchtet. So schnell kann es gehen. Eine Fackel reingezackt. Zack. Ich hoffe, nicht der neue Papst. Nein. Aber sowas ähnliches. Ach, hier hinten wird's wieder... Ups, was mache ich da? Das war jetzt nicht gut. Sieht auch gar nicht so gut aus. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Dann so... ...hier... 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 ...hatte ich auch schon so mit mir Ton thànharseck-Knödel. Das dr补gt nach weekens. Ja, ich mag das. Ob jetzt das ml Dale ist, mir egal. Ich lass das einfach so. Ich finde das sieht schön aus, wie wenn man einfach bloß so eine gerade Wand hat. Warte mal jetzt. Ahahaha. Boahahaha. Ganz viel Stein hacke ich uns jetzt erstmal hier. Jawohl. Entschuldigung. Schönes Lied. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das kam mir schon beim letzten Mal bekannt vor. Aber ich schaue mal schnell, das heißt Präludien, Bachwerke, Verzeichnis, irgendwas, ja keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich mal auf dem Klavier gespielt. Ja, ich spiele Klavier, was dagegen? Ich mag das Stück irgendwie nicht, ist mir zu ruhig. Ich versuche immer, bei einer neuen Aufnahme dann mit der Playlist ungefähr dort anzufangen, wo man aufgehört hat. Es funktioniert nicht. Kann ich jetzt schon mal einfach easy so sagen. Ist einfach so. Man kann sich das einfach nicht merken. Es ist so komplex, einfach diese vielen Liedtitel sich zu merken. Das EOS zu spät ist. Nein, ich mag das Lied nicht. So, dann klatsche ich eine Fackel an die Wand. Und bald ist auch schon wieder die Eisenspitzsacke kaputt. Juhu, juhu. Ah ja, das ist natürlich schön. Schön, dass die Wald kaputt ist. Das gefällt uns. Juhu, oh, da fehlt noch was. So, dann mache ich jetzt hier. Das schaffe ich aber nicht so viel. Das wird ein hartes Stück Arbeit. So. Hier noch eine Reihe so längs. Längs in die Breite. Nee. Längs. Und dann gehe ich auch wieder zurück. Und bauen wir und dann bauen wir uns so wieder was Schönes. Ja. Einen elektrischen Stuhl bauen wir uns dann. Für die Schafe. Und die bösen Zombies. Und böse Creeper vor allem. Falls die uns nochmal zu nahe kommen. Und in unsere Wohnung reingehen. Ja. Dann bringen wir die mit unserem elektrischen Stuhl zum Explodieren. Ach, das ist schön. Aber wenn es sowas in Minecraft gäbe, dann hätte ich wohl schon längst aufgehört. Weil, äh, man kann es dann auch übertreiben. Oder woher? Knallhart nutze ich da meine Schaufel. Oh, da habe ich ja noch hier. Da, 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 da. Muss ja nicht immer beste Qualität sein, die Spitzhacken hier. So, jetzt kommt hier. Billig Steinmann. Das ist die neue Firma. Steinmann und Söhne. Die macht Spitzhacken aus Stein. Für die ganz harten Jungs. Na, die ganz harten Jungs fällen Bäume im Dohle. Wie ihr ja sicher schon wisst. So, da, da. Hüpp, 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 hüpp. Ja, ja. Das Stein abbauen. Ups. Keine schöne Tätigkeit, aber irgendeiner muss das ja tun. Und nachdem ich eh immer der Arsch von allem bin. Nee, nee. Aber so ähnlich. So. Dum, dum. Und? Bitte ich. Je. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achten Drittel Stacks. Und Hunger wie Sau. Und Angst wie Sau. Hüpp, hüpp. Drei. Vier. Und fünf Augäpfel zum Abendessen. Ja, da freut er sich. Eigentlich sollte ich jetzt sprinten können. Ja, also. Dann renne ich jetzt hier ganz feige von den Zombies weg. Denn die brauche ich als Nahrungsquelle. Ah, zwei Skelette, siebt. Oh, das ist nicht so gut. Ich bringe euch auch um, ich sag's euch. So. Das hat aber wie. Bring dich um. So, jetzt hab ich ein bisschen Knochen. Was ich eigentlich haben wollte, ist sowas anderes, aber ich hoffe, ich heile. Und dann zieh ich mir eben noch so schnell einen Augäpfel rein. Ach, ich hätte ja mal von der Blockfunktion Gebrauch machen können. Egal. Oh. Ach, nö. Ach, nö. Dass die immer alles in die Luft sprengen müssen. Naja. Hoffen wir erstmal, dass in unserem Haus keiner drin ist. Das wäre schon mal schön. Ha! Ha! Ah, niemand, eh niemand drin. Ja, sehr gut. Hätte ich euch meine Ninja-Moves gar nicht zeigen müssen. Schlafe ich erstmal eine Runde. Ich will gar nicht wissen, was der mal nachts in seinem Bett macht. Bestimmt ganz, ganz böse Sachen. Ähm. So, viel besser so. Hier stoppen jetzt wahrscheinlich immer noch ein paar Creeper rum. Ja, genau. Bald haben wir das Loch vom bösen Creeper wieder geflickt hier. Mit einem Haufen Sand vergeudet. Egal. Sieht schöner aus. Was ist es mir dann auch wert? Oh, ernten wir mal wieder Sugarcane. Oh. Oh, da geht schon ein Teil von der Ernte immer verloren an einem Kaktus. Und, äh. Also lag da ein Stück Kaktus da drin. Gute Frage, nächste Frage. Nächste Frage ist leider alle. Oh.